Musik 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 Jo, was geht das Leute? Jules Snipe hier Fius hier, ich wünsche euch allen euch da draußen fröhliche Weihnachten frohes Fest habt Spaß, lasst euch mir ein Beschenk von den Familien natürlich müsst ihr euch was schenken ist klar, ne? ein Geben und Neben ist das und nicht vergessen wenn ihr morgen ein heißer Abend ist und seid mit der Familie zusammen was ihr auf jeden Fall machen müsst Fresst euch vor Fresst euch vor macht den Würschlau, macht ein Fufu, macht ein Moradesto und so wenn ihr nach dem Essen immer auch euren Gürtel zu machen könnt aber ihr habt es falsch gemacht genau, also schön nach dem Essen und Gürtel aufmachen dann habt ihr richtig gehandelt und habt ihr richtig gehandelt und wenn ihr euch auf euren Füße hin tut und ihr euch bewegen könnt dann, aber auf euren Essen dann habt ihr nicht zu essen Jules Snipe hier ist ein großes Weihnachtsfest Feiert schön, lasst euch beschenken und gute Bescheidung und wir sehen uns demnächst abonniere bis bis